hallo leute und willkommen zu einer neuen folge an etp lohnt sich nicht willkommen mit dabei ist falk und rietze ja hallo ja hallo ja dann geht es los ich werde nur aus dem konzept gebracht wieder heute ja ich hoffe das bessert sich und ich wir haben uns jetzt eine woche über eine woche gesehen also gehört das stimmt und wir haben heute sechs leben und ich sterb direkt erstmal weil ich gerade runterfalle was ich dachte ich habe jetzt eine sache muss ja aufbleiben was muss bleiben die falsche nein nicht das fansgeld ich hasse bitte wir müssen wieder kämpfen loskommend ich bin letztens viermal durchgestorben durch hat lukas gewonnen ist seine einzige chance wenn ich hier so stehe lukas ist ja auch krass hallo ach ja stimmt jetzt haben wir ja schärfe auf den sticks das sieht man ein artikel die zusätzlichen da die europäule nicht da ganz sei denn ein es hat den falschen da hat so das leben herr wird man irgendwie mehr hochgeschleudert durch die schärfe hier habe ich irgendwie auch so das gefühl das backt glaube ein bisschen rum keine ahnung sieht für mich so aus ach du scheiße ey wie schnell man hier down geht jedenfalls habe ich den baum jetzt irgendwie nochmal neu gesetzt ne das heißt man kann da nicht mehr so schön hängen wie letzte woche in der ecke hä wtf falk hast du linke hand ja sieht voll komisch aus ich weiß nicht ich hab so was eingestellt ach ja das stimmt das sieht voll lustig aus halbzwilling spielt auch immer toll lol was war das deswegen hab ich so eingestellt ja ich fand das auch so lustig aus hat doch hier äh kati von den hat die freundin hat das ja auch so eingestellt ja in reef spielt jetzt auch so ich muss nur sagen ja ich muss echt nur sagen ich bin echt überrascht ich hab kur ich mein ich muss sagen dafür dass ein crafter in 6 so viele mitspieler sind es sind echt wenige nur noch dabei ja das stimmt aber aber ich muss sagen es sind trotzdem noch krass dass mindestens noch so 7 neue 7 spiele aktiv spielen weißt du ja na das war aber bei craft attack 3 nach 8 monaten noch gefühlt ja aber das kack ich das das ding ist ich das ding ist ich weiß ich kann es irgendwie selber nicht verstehen ja na die projekte werden immer kürzer irgendwie das merkt man auch an unseren projekten na gut tiny cr7 jetzt nicht das hat mal so ein hype aber ja die anderen projekte die halten sich halt auch immer nicht lange oh shit oh shit ja ja und das ist schon rekord ja sonst hab ich aber nur eine folge abgebrochen alles tch achso hast du eigentlich Stegis erste folge gesehen von Teil 7 hm hat er eine gebracht was sind die eigentlich hier Häuser echt lol als ob und er so ja ich bin froh dass ich jetzt mit craft attack 6 dabei sein kann ich find's cool das hier noch ich wurde vor kurzem zu dem projekt eingeladen ja ja wie ich einfach beide gerackt hab folge hat halt folge hat halt folge hat halt einfach noch 3 leben lol von 6 hm ja aber das mit Stegi ist schon krass ja ich finde halt nur ähm weil ich freu mich schon wenn Rotpilz dann anfängt in 3 jahren mit craft attack 6 ja stimmt und dann wie bei Minecraft Link 2 Monate später na wenn alle raus sind so wenns End Event schon gewesen ist ja sorry aber das ist irgendwie sorry das ist irgendwie Falk gewesen in Projekten immer wenn er immer so am Ende so von dem Monat wenn er immer so mitbekommen hat dass irgendwelche Projekte laufen ja hat dann immer irgendwann später angefangen mitzumachen so wie bei Hexit ja kannst du anfangen Falk also Hexit ist noch lange offen weil das ist das einzige das ist das einzige Projekt was Street noch wo Street noch Bock drauf hat deswegen wird das ewig laufen es wird für immer laufen Tinyhexe 2 weil wir brauchen ein Projekt für Street ja TinyCA 7 hat er Bock drauf ja da hat er jetzt wieder aufgenommen das hat mich gewundert naja er hatte Motivation hat er gesagt die Folge mit der Winter war das ne ja aber er ist nur in TinyCA um irgendwie rumzutrauen irgendwelche Scheiße zu bauen ist so aber so einen braucht man immer sag nur Petrit guck mal hast du gehört der war seit 2 Monaten nicht auf dem Server kam dann wieder das erste Mal Early Boy ja das hab ich das hab ich gesehen auf dem Thumbnail noch und Fakt ist ja er ist halt einfach und hat zwei Minuten mit mir gekommen hat nur sein Haus gesprengt und ist dann wieder aufgegangen weißt du ja er hat sein eigenes Haus gesprengt nein das ist von Early Boy erst kam online hat es einfach gesprengt und dann ist er wieder aufgegangen ist so in der Müll also ohne Müll ey wo diese Events so zum langweilen sind weil wir uns ja immer so kloppen wie Affen alter wir sind halt echt wie dieser Affe auf Falks Profilbild im Discord oder wie wo war das? bei Skype ja achso ja ja das bin ich einfach mit so nem Filter drüber oh ich hab grad ein halbes Herz gehabt Alter Gott sei Dank hab ich ihn Gold abgeliebt ne da gibt's so ne FGZ-Handy da kann man sich Filter übers Gesicht legen bis zum Beispiel jetzt mach ich hab keine Rüstung mehr also ich hab jetzt keine Rüstung mehr also bleibt nur eine Möglichkeit hä du springst da freiwillig ins Boot nein ich camp in der Arena ey ey jetzt hast du es zugegeben dass du mal campst nein oh scheiße nein 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 was ca. noch 5 Leben ich hab meine Enderperle irgendwo hingeworfen die ist an der Seite aufgekommen ja Karma würd ich mal sagen hä wie Karma äh nein ach nee wieso ja Falk hat noch 2 Leben ja ja leu irgendwas live auf Twitch hab ich grad gesehen nein ah nicht Lukas nein ach nein ach nee ey ist doch nicht dein Ernst Alter nein dicker Hauptsache ich spring nicht das ist immer wichtig hier schisch schisch Junge jetzt bin ich kurz vom Finale raus geflogen Alter was ist das nein ach nein ach nein ey der erste Tod war das war kein Tod ja und der zweite und der zweite war der erste ne da war eigentlich da gilt auch nicht da war auch scheiße ja nein 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 also 4 Leben erst mal Chips zu Stärkung gönnen ja ASMR kommen flüstern ach stimmt du bist jetzt wieder bei deinem Grundstück ach nee ich hab grad einfach so gut gefallen nein was ach nein oh so ne scheiße jetzt muss ich ja wieder alleine jetzt muss ich ja wieder alleine wirst du 4 gegen 4 leben ach aber 4 gegen 1 Leben hast du auch gute Erfahrungen ne ja nein nein wieso passiert das immer mit diesem Scheiß das es liegt noch 3 Leben ach das gibt's doch nicht das passiert jedes mal mit dieser Ender Perle ne was war das jetzt ja genau dass ich auf dir aufkomme auf deinem Körper ach 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 irgendwie leckt's mhm doch mhm du leckst ne ach nein alter ach 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 zwei Leben noch sicker ach komm auch nen Junge ach ach tja ach guck mich an TLVisa ach Lol nein oh Boah ey, alter. Huch. Nein. Ja. Ich finde den Server nicht. Ich finde nur Tiny Aura 1. Da war die Welt nur in Ordnung. Ja. Ach, endlich mal wieder eine Tafel. Das hat mir schon wehgetan, als letztes Dauerzocker L drauf stand. Diese Tafel. Wieso hat er das wehgetan? Ja, weil ich das den... muss.